Hallo liebe Modellbahnfreunde, ich begrüße euch zur dritten Folge von Julians Modellbahn TV. Es wird eine Lok vorgestellt. Seid gespannt, welche es sein wird. Märklin 3003 Dampflokomotive BR24 der DB Lok und Tender Kunststoffgehäuse Aufschrift Betriebsnummer 24 0 58 Farbe schwarz Länge 200 mm Baureihe BR24 der DB Drei Achsen angetrieben Haftreifen Vorne Dreilichtspitzensignal Bahnverwaltung DB Deutsche Bundesbahn Epoche 3 AC Wechselstrom Bauzeit 1978 bis 1995 Spulenabdeckung im Führerhaus Ab 1991 Hobby Sortiment Meine Lok ist aus dem Jahre 1980 Sperm Vital Passion Wickel culo